Ja, wie hört sich eigentlich ein Album meines Künstlers an, der ganze Nächte in sein Projekt investiert? Produziert, schreibt, recorded, mischt und die Videos cuttet. Der sich für sein Studio in die Miesen stürzt und eine Zeit lang überall spielt, um sich ins Plus zu retten. Dann hat er die Chance, das Ganze zum Beruf zu machen. In einer Zeit, wo er sowieso nicht wusste, wo er später mal beruflich steht. In der er sowieso öfter im Studio saß, als in irgendwelchen Hörsälen. In einer Zeit, wo er es einfach reifer für einen Tapetenwechsel. Raus aus Bayern. Er ist auf der einen Seite echt stolz für das eigene Projekt, unglaublich viel Bestätigung, nette Worte und auf der anderen Seite eine Menge Ungewissheit. Ich weiß, dass ich im letzten Jahr echt einige Sachen erlebt habe, von denen ich vielleicht nochmal meinen Kindern erzählen werde. Und irgendwie war es schon fast abgemachte Sache, dass ich gehe. Aber da gab es auch so viele Gründe zu bleiben. Menschen, Perspektiven, Pläne, die ich hier noch habe. Mist, den ich hier noch bauen möchte. Bau Voyage ist so ein bisschen wie ein Archiv, wo ich auf vielen Songs versucht habe, das ganze Chaos zu ordnen. Soll ich die Chance annehmen oder nicht? Irgendwie wollte ich aber am gewissen Punkt auch einfach nur ein Album machen, das mir gefällt. Parallel dazu habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, weil ich das schon immer machen wollte, als ich klein war. Manchmal wollte ich in einer Nacht- und Nebelaktion unterschreiben und abhauen. Ich habe erst später über einen Bruchteil der ganzen Telefonate gesprochen, den ich in der Zeit hatte. Und es war irgendwie schon krass, wie nah man plötzlich am nächsten ganz großen Schritt ist und wie sehr man dann dennoch darüber nachdenkt. Der Traum ist eigentlich zum Greifen nahe, aber du beißt die Faust und haust ihn weg. Irgendwie war es aber auch die schönste Albumphase, weil es unheimlich beruhigend war zu wissen, dass die ganzen Pläne eigentlich aufgingen. Ich lehnte Presseanfragen ab, habe stattdessen lieber Musik gemacht. Mir war es eigentlich egal, ob ich von alleine noch weiter wachse. Dann habe ich auf die Schnelle den letzten Song meines Albums geschrieben, der okay hieß. Change hat auf ein paar Stunden das Cover gemacht und wir haben ihn einfach rausgehauen. Dann kam ich auf Playlists, wo ich schon immer stehen wollte. Der Song wurde schon am zweiten Tag nach Release immer meist gestreamt und ich wusste irgendwie, dass alles so richtig war, wie ich es gemacht habe. Es ist so crazy, was alles passiert ist mit der Musik, obwohl ich eigentlich damals aus einer Schnapsidee heraus angefangen habe. Ich mag das Projekt Bo Voyage, weil es einfach mehr ist als ein Album. Es ist eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Die kommenden Songvorstellungen sind ein bisschen nüchterner gehalten und relativ kurz. Aber ich glaube, dass man mit dem Background einige Songs viel besser verstehen kann und vielleicht dann auch am Ende ganz anders interpretiert.